Wolfgang Barrow hat sich mit AstraZeneca impfen lassen. Was haben wohl Alice Schwarzer, Rainer Kallmund, Jan Hofer, David Hasselhoff, Uschi Glas und GZSZ-Schauspieler Wolfgang Barrow gemeinsam? Sie alle machen sich gegen das Coronavirus stark und rufen zum Impfen auf. Denn nur zusammen lässt sich das Virus besiegen. Ab sofort ist Wolfgang Barrow ehrenamtlich Teil der Impfkampagne. Deutschland krempelt die Ärmel hoch des Bundesministeriums für Gesundheit. Er selbst hat sich bereits an Ostern 2021 mit AstraZeneca impfen lassen. Wie Wolfgang die Impfung vertragen hat und warum es ihm so ein wichtiges Anliegen ist für den PIXER zu werben, das sehen Sie im Video. Ich habe mich impfen lassen, um mich und andere zu schützen, sagt Wolfgang Barrow und zeigt sich optimistisch, damit das Leben wieder live geht. Die Botschaft des GZSZ-Stars lautet, bitte helfen Sie mit. Lassen Sie sich impfen. Ärmel hoch, jede Impfung zählt. Alle weiteren Infos zu Deutschland krempelt die Ärmel hoch finden Sie hier. Während der Corona-Pandemie gelten auch am Set von GZSZ strenge Regeln, damit der Drehbetrieb weiterlaufen kann. Wie die aussehen, zeigt hier Serienstar Ulrike Frank. Willi und E-Sink. Wer hat sich die Karte aufgeschm Form gehalten?